Feuerholz So Hast du eigentlich noch alles dabei? Hast du was zu essen? Ja, da hast du was zu essen Natürlich hat meine Kiste was zu essen So Jetzt brauchen wir noch Gras, haben wir gesagt, und Stein Gras und Stein Dann Gib mir den schnell, was ich kurz sagen Wo hast du den ganzen Flint hin? Da haben wir den Flint, was brauchen wir noch alles? Ah, jetzt haben wir keine Stöcke Was ist da los? Wir equipen jetzt die Schaufel Was gibt es da schon wieder für einen Fight? Ja, fightet euch mal Ich finde das voll in Ordnung Meins, meins, meins... Oh, Honig Cool Ich komm, ich bin noch mal vorbei Jungs und Mädels Da haben wir noch... Ja, Krabmus Die kann man dann bei uns dahin einpflanzen Dann kann man so ein kleines... Ding von denen machen Die kann man dann jeden zweiten Tag oder sowas... Aber ernten Das gleiche auch mit denen hier Nehmen wir uns alles mit Das können wir auch mit denen hier Das können wir immer wieder gebrauchen Auch wenn man denen nichts macht, dann greifen die noch nicht mehr an Cool Das ist gleich wieder düster, aber müssen wir das unterringen, denn was kein Mensch braucht Flopflop 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 Und Flopflop Und Flopflop So, jetzt gehen wir geradeaus nach unten Gucken nochmal bei den Fröschen vorbei, ob die sich immer noch bekriegen Und den einen Stein holen wir uns gleich auch noch So, dann kommen sie mal da hin Warum haben die sich bekriegt? Da Oh, anscheinend haben die Bienen gewonnen Naja, eigentlich habe ich gewonnen Naja, eigentlich habe ich gewonnen Der Glühre Der Glühre gibt nach So einfach gehts Diese Mauerwürfel Schrecklich Achso, ja genau, wir wollten noch Einen Stein holen Aber bis jetzt gehts uns gut Ich kann mich nicht beschweren So So Kann man zumindest gleich ein richtiges Beet hinstellen Und da haben wir gleich was zum Einpflanzen So Dann Da haben wir noch alles drin gehabt So, das reicht Äh Nein Das ist nicht euer Ansatz Ähm Ähm, da Oh, ich bin auch der größte Held im Universum Wo hab ich jetzt meine Axt hin? Da Bevor es Nacht wird Schnell Flop, 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 flop Komm, rennen wir noch mit Komm Ja, bin schon weg Bin schon weg Bin schon weg Bin schon weg Ne, ich bin schon weg Ähm Chest Das da rausnehmen Und Das da rausnehmen Was brauch ich dafür? Alchemie Engine Oh Mann Für die Leuchtdiode Hatten wir was gebraucht Ahhhh Ein Stein Ein Stein Ein Stein Wo war das mit dem Stein? Da war das mit dem Stein Gebraucht Dann können wir uns eine Leuchtdiode machen Dann brauchen wir Wo ist die andere? Hast du die? Ja, du hast die So, dann Dann Brauchen wir Noch vier Bretter Da haben wir uns noch eins Das ist schön Ah, nehm doch jetzt Rechtsklick 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 Da Du sollst die auch nicht nehmen Sollst es sich hin pflanzen Foto So, das machen wir mit denen jetzt hier auch Drop 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 Und Drop Drop So zurück zum thema wir brauchen dich dafür brauchen wir noch alles das besorgen wir uns mal kurz und wir brauchen uns wieder was zu essen aber essen haben wir ja noch genug gut machst du das schaufel und die baumstümpfe noch raus gibt auch immer noch ein holz dich auch noch mit und ich da oben noch hatte ich eigentlich nicht waren blau nicht gut für den ich weiß nicht ich trau mich irgendwie nicht aber einerseits ist feuer und ich kann noch ganz einfach schnell kochen und die blauen sind gut für den körper aber schlecht für die gesundheit wir haben ein komisches hässliches ding und stroh nein brauchen wir nicht ähm so jetzt brauchen wir ja hast du noch irgendwie steine hier wir haben gleich mal was zu essen du hast aber noch was zu essen woher wohl nicht braten nein kann man nicht und wir haben acht vorschenkel ich möchte wie hühnchen ich mein richtig